So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft. Letztes Mal haben wir aufgehört, die Toilette zu bauen und das Ding war einfach, die Kanalisation war einfach noch nicht groß genug. Und bei unseren ganzen Kühen, die haben einfach so viel Abwasser produziert, dass da einfach alles wirklich übergeschwappt ist. Unser ganzes Haus wurde im Prinzip weggeschwemmt von Scheiße. Also im Prinzip eigentlich keine so schöne Sache, aber ich habe ja letztes Mal schon angedeutet, dass wir uns dieses Mal definitiv dran machen werden. Da ein bisschen was dagegen zu tun. Und da habe ich mal überlegt, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Strom für unsere Pumpen. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht, ich habe mich einfach mal ein bisschen informiert mit dem Mod Industrial Craft Big Reactors. Und da habe ich mal gedacht, heute fangen wir mal an, einen kleinen Atomreaktor zu bauen, um unsere Pumpen zu bepowern. Damit wir zukünftig nicht mehr Abwasser in unserem Wohnzimmer haben. Das finde ich auch ganz gut. Also manche Leute finden vielleicht Abwasser in ihrem Wohnzimmer ganz schön, aber ich bin jetzt persönlich nicht so ein großer Fan davon. Also die erste Sache wäre jetzt natürlich erst mal Uran farmen, aber da habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Lust drauf. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir gehen mal ins Darknet. So, dann sind wir auch schon hier am PC. Das Tor-Netzwerk wird gestartet. Und ja, jetzt schaue ich gerade mal. Es dauert ein bisschen länger. Die Internetleitung ist heute einfach nicht so die allerschnellste. Mein Telekommunikationsanbieter, der ist hier 1&1. Und der hat in letzter Zeit einfach wirklich Probleme mit dem Internet hier. Ich weiß einfach nicht, was da tatsächlich jetzt los ist. Ich habe jetzt gerade auch nochmal den Tech-Support angerufen. Hier sind die beiden Leute hier gerade dabei. Könnt ihr mir vielleicht sagen, was da bitte passiert hier gerade? Warum ich so schlechte Verbindungen habe? Ja, hallo. Hier ist die E&T Kultus GmbH. Wir sind hier, um Tech-Support zu geben. Okay, ich habe noch ein sehr in Kurzlust. Also, mein Problem war halt leider einfach, ich wollte gerade ins Darknet gehen, um ein bisschen Uran zu kaufen. Weil ich einfach meine neuen Abwasserpumpen ein bisschen bepowern wollte mit einem Atomkraftwerk. Und ich komme einfach nicht ins Internet gerade. Ah, selbstverständlich, ja. Also, ist das eine gute Idee? Ich denke, das Problem an Ihrer Stelle ist, also zum einen, dass Sie beim Tech-Support anrufen und zugeben, dass Sie was Illegales machen, ist nie eine gute Idee. Ja, aber Sie stehen doch da unter einem vertraulichen Dings. Nein, tun wir nicht. Wir sind von Google angestellt. Wir haben überhaupt keine Skrupel bei Datenschutz. Ich dachte, ich habe mal eine Verbindung bei 1&1. Ja, ja, aber... Als Lösung würde ich Ihnen vorschlagen, wir können Ihnen einen sehr guten Kurzschluss anbieten zu günstigen Tarifen, ja. Einen günstigen Kurzschluss? Das bewirkt manchmal Wunder. Also, ich komme mir jetzt hier gerade vor wie im falschen Film. Nein, Sie haben angerufen bei E&T Kultus GmbH. Ja, also, wir sind dafür bekannt, Kurzschlüsse anzubieten. Hochqualität, aber trotzdem Kurzschlüsse. Also, jetzt... Ich glaube, ihr hackt es aber ganz gewaltig. Ich muss erst mal kurz die Aufnahme beenden. Also, jetzt habe ich mal... ...